ich grüße dich ganz herzlich und schicke dir sonnige grüße es freut mich sehr dass du jetzt hier bei mir bist diese legung das ist eine botschaft für genau jetzt du hast diese botschaft gefunden diese botschaft hat dich gefunden und deswegen sollst du etwas hier erfahren vielleicht hast du eine frage vielleicht muss möchtest du unbedingt etwas wissen über eine ganz bestimmte angelegenheit ja oder einfach wissen wie es weitergeht ich schaue für dich in die karten mal gucken was die karten die ihr denn mitteilen möchten es geht um den perfekten zeitpunkt um den richtigen zeitpunkt und über liebe ok das ist also also es geht hier um einen bestimmten zeitpunkt und über liebe entweder geht es zusammen oder sind zwei unterschiedliche botschaften ja ich schaue mir das ganze an aber zuerst möchte ich hier zu diesen beiden karten was sagen der perfekte zeitpunkt der perfekte zeitpunkt wird kommen der perfekte zeitpunkt ist vielleicht für dich jetzt da nimmt es so an in wie weit du das empfindest oder du sollst vielleicht auf den auf den richtigen zeitpunkt noch warten dass es hier ein bisschen bisschen unterschiedlich für jemanden aber du wirst wissen du wirst einfach in deinem inneren spüren ob das jetzt welche diese aussagen für dich jetzt in frage kommen soll ich habe das hier so dass irgendwie die zeit eine rolle spielt ja und vielleicht zeigt mir dieses diese karte mir und die ihr dadurch ja weil ich ja darüber hier spreche dass der perfekte zeitpunkt noch kommen wird ich habe hier aber auch eine hand mit einer feder es geht vielleicht um eine nachricht weil hier schreibt jemand etwas es geht um eine nachricht und diese nachricht soll ich dir sagen wird zum perfekten zeitpunkt bei dir ankommen vielleicht wirst du aber auch eine nachricht schicken und das wird der perfekte zeitpunkt für diese nachricht sein das ist die erste botschaft und dann habe ich hier die liebe die liebe also lieber wird in dein leben eine große rolle spielen jetzt oder vielleicht fragst du nach der liebe dann hast du die liebeskarte liebe ist da soll ich dir sagen liebe ist ist für dich sozusagen erreichbar die liebe wird sich ausbreiten ausweiten in deinem leben du wirst vielleicht hast du die ruhe die liebe gerufen die liebe kommt zu dir die liebe kommt zu dir in form von einer nachricht einer begegnung einem zeichen die liebe ruft ruft nach die hier das kann hier auch so sein ja ich werde jetzt hier auf diese liebe werde ich die tarotkarten jetzt legen was hat es hier auf sich mit der liebe die vier der kelche der turm und die sieben der schwerter keine leichte einfache situation habe ich hier es ist nicht leicht das ist nicht einfach irgendetwas ist passiert irgendetwas ist hier zusammengebrochen und das habe ich in der vergangenheit oder jetzt gerade gerade passiert ich habe das hier nicht in der zukunft denn die zukunft sieht gut aus hier im hintergrund sieht man hier dieses wunderschöne dieses wunderschöne ambiente hier ist etwas kaputt gegangen hier etwas zerstört worden etwas ist zusammengebrochen man wurde enttäuscht gar nicht mal so schlecht dass man enttäuscht worden ist denn man hat sich die ganze zeit getäuscht man hat etwas so gesehen wie es nicht richtig war und jetzt hat man das gesehen wie es ist wie es tatsächlich ist kann natürlich auch ein bisschen harsch sein kann ein bisschen turbulent sein dadurch dass man jetzt das hier so sieht ich habe das hier so dass das aufgrund dessen passiert ist weil man hier eine etwas nicht angenommen hat es wurde etwas nicht angenommen jemand hat hier jemand was angeboten und dieses angebot wurde ausgeschlagen oder man hat gar nicht gemerkt dass dieses angebot existiert das kann nämlich hier auch so sein ja man wurde aber auch von irgendetwas anderem abgelenkt vielleicht hat man die die etwas angeboten im bereich der liebe oder du hast jemanden im bereich der liebe etwas angeboten und die andere person hat es gar nicht gemerkt nicht gesehen oder in dem moment kam hier etwas anderes angeflogen und die aufmerksamkeit wurde von dir auf dieses andere abgezogen das kann hier auch so sein und naja ich wundere mich nicht warum der turm dann hier ist aber ich habe das hier so das ist ganz gut denn jetzt weißt du bescheid du weißt bescheid und die sieben der schwerter entweder dieser mensch hat sich dann zurückgezogen hat sich dann verabschiedet hat dann sich ein bisschen komisch verhalten oder du hast dich verabschiedet wenn mein angebot nicht angenommen wird wenn man mich verschmäht wenn man mich nicht haben will okay dann gehe ich einfach weg dann ziehe ich von dannen ja sowas habe ich hier im bereich der liebe aber was kommt jetzt der könig der die königin der schwerter und die sieben der stäbe ja kein wunder dass man das ganze jetzt abwehrt dass man jetzt in die abwehrende haltung geht und zwar direkt mit den sieben der stäbe ich habe hier zwei menschen ja ich habe hier so ich habe das hier so also die königin der schwerter die ist die ist bisschen hin und her gerissen der könig der kelsche möchte möchte sich jetzt einsetzen möchte jetzt verspätet dieses angebot annehmen aber es kann jetzt schon zu spät sein weil die königin der schwerter will vielleicht das nicht mehr also das ist nicht mehr aktuell ja weil die dadurch dass es so abgelehnt worden ist ist man schon verletzt worden weil die königin der schwerter sie ist jemand der schon viel durchgemacht hat viel mitgemacht hat hat immer ein offenes ohr für jeden hat immer ein offenes herz aber mit einem aber wenn man sie verarscht ja wenn man sie verarscht wenn man sie schlecht behandelt wenn man nicht mit ihr vernünftig umgeht ja wenn man sich einfach nicht gut verhält dann macht sie zu und sie hat hier zugemacht ja ich weiß nicht die königin der schwerter das kannst du sein und der könig der kelsche das kann zum beispiel dein gegenüber sein im bereich der liebe und die liebe ist da oder man möchte die liebe mit dir haben der könig der kelsche ich habe das hier nicht so dass es sternzeichen sind das ist einfach jetzt so diese situation oder wie man innerlich jetzt eingestellt ist und der könig der kelsche das ist sozusagen dein gegenüber und dein gegenüber möchte jetzt dreht sich jetzt zu dir und ist bereit aber die königin der schwerter ist jetzt nicht mehr bereit sie hat sich nämlich zurückgezogen und sie wehrt jetzt ab ist auf distanz gegangen wehrt jetzt ab und befürchtet dass man das jetzt wieder nicht ehrlich meint dass man das vielleicht jetzt nur so aus lust und laune annimmt und dann sich wieder wegdreht und dann sich wieder etwas anderem zuwendet tja der könig der kelsche hat hier hat sich hat sich hierzu etwas anderem zugewandt hat sich jemand anderen zugewandt diesen diesem fliegenden pferd hier pegasus ja aber so schnell wie der pegasus da war so schnell war der auch weg und man denkt sich jetzt okay das kann für einen menschen stehen das kann aber auch für eine situation stehen für irgendetwas anderes was die aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und diese dieses angebot wurde einfach übersehen oder fallen gelassen weil oh was fliegt denn da mich an oh wow was ist das ja und dann war dieses ding weg und jetzt oh dieses angebot und jetzt jetzt merkt man was man da angerichtet hat oder was passiert ist und möchte jetzt ja hier das dir zeigen dass das das man nicht mag diese diese gefühle dass die da sind oder jetzt sind sie da man ist dir wohlgesonnen man möchte man ist jetzt offen für dich das herz ist jetzt offen für dich ja sowas habe ich hier falls du das hier bist vielleicht vielleicht ist es aber auch umgekehrt ja vielleicht hast du hier jemanden das herz gebrochen oder sich von jemanden abgewandt und wegen was anderem und jetzt kommst du auf diesen menschen zu und der mensch ist aber nicht mehr so für dich da der mensch ist nicht mehr so empfänglich für dich für das ganze naja auf jeden fall wie gesagt diese plätze können vertauscht werden schau einfach wie das bei dir resoniert wie das so bei dir ist schreib mir vielleicht das in die kommentare welche position du hier hast würde mich sehr interessieren ja vielen lieben dank an dieser stelle für diese info und ja die schau mal du hast zwei mal die sieben also es könnte bei einigen zum beispiel bei dir schon so sein so die chance ist weg dieses angebot ist weg du hast es nicht angenommen ja tschüss kann aber auch sein naja ich schaue mir das ganze noch mal an mal schauen was du mir jetzt anzubieten hast hast ja das denkt sich hier die königin der schwerter also ich bemerke hier schon so eine kälte man man ist man hat das ganze verarbeitet man geht weiter ja das leben geht weiter das ist ja hier keine tragödie die passiert ist aber das hat schon hier irgendwie so ein bisschen was angerichtet ja aber ich soll dir sagen der könig der kälte ist jetzt da ist jetzt bereit ob du das noch willst das ist deine sache ja falls du die königin der schwerter hier in dieser legung bist ja und dass dieser dieser zeitpunkt der interessiert mich jetzt auch hier worum geht es dabei diesen bei diesem zeitpunkt es geht um den eremiten und es geht um die mäßigkeit ja vielleicht musst du noch ein bisschen warten ja ich habe hier warten oder ich habe das warten hat ein ende das ist hier entweder so oder so ja musst du einfach in dich hineinfühlen spüren was welt welche info für dich denn gedacht gedacht ist denn ich habe hier den eremiten und dieser eremit zeigt mir der perfekte zeitpunkt wird kommen bald oder der perfekte zeitpunkt hier mit der mäßigkeit ist jetzt da ja die karten wie gesagt ist eine allgemeine legung und es gibt schon einige menschen die sich diese legung anschauen und deswegen ist es hier nun mal so die die karten zeigen es denn für jeden gibt es einen anderen perfekten zeitpunkt aber das wichtigste ist dass du weißt dass der perfekte zeitpunkt da ist oder da sein wird das ist sehr wichtig für dich ja das licht am ende des tunnels wirst du sehen soll ich dir sagen das ist die botschaft du wirst dein deine dich gut fühlen du wirst sehr schöne angenehme zeit noch haben mit dem perfekten zeitpunkt es wird für dich alles da sein was du brauchst die mäßigkeit alles wird sich ausgleichen alles wird in balance sein du wirst dich gut fühlen du wirst dich schön fühlen vielleicht sogar auch ich habe hier so eine angenehme wohlige stimmung wird sich bei dir im leben einstellen und wie gesagt wenn du auf der suche bis nach etwas oder jemanden du wirst es finden du wirst es zu dem richtigen zeitpunkt finden das sollst du jetzt unbedingt wissen ja das ist die botschaft diese botschaft hat dich gesucht und sie hatte ich jetzt hier bei dieser legung gefunden das war die botschaft für genau jetzt das war eine kurze botschaft schreibt mir in die kommentare vielleicht war das für dich wichtig vielleicht war das für dich wichtig bist du team liebe oder bist du team perfekter richtiger zeitpunkt ja schreib mir das gerne weil ich brauche dein feedback um zu wissen ob das ob das hier überhaupt in frage kommt was ich hier so erzähle ja was die karten mir hier so mitteilen wünsche dir alles alles liebe wenn du magst gerne abonnieren gerne liken gerne die glocke aktivieren und vielleicht bis zum nächsten mal namaste